Musik Also wir haben 2003 auf der Messe Moderheim und Hansfern auch das Tor hier von der Firma Feldmann gekauft. Und bis zum heutigen Tag bin ich aber absolut begeistert davon, weil ich jetzt das alte Garadentor war ein normales, es klemmte permanent. Ich habe da morgens auch im Regen immer wie Klopp davor gesessen, um das Tor da loszukriegen. Und jetzt, in angemessener Entfernung, kann ich morgens, wie ich aus dem Haus gekommen, schon einfach auf die Fernbedienung rücken. Musik 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 Musik